Und zur nächsten RAW Ausgabe in Las Vegas, Nevada sind wir nun angelangt. Geh rein! Herein, hereinspaziert, wer kommt denn da? Ah ne, Santino. I'm your new Intercontinental Champion. Ah, that's Mr. McMahon to you. And you're not champion for long, my friend. I don't recall you being under contract. That Intercontinental Championship belongs to Santino. So give it back. The championship is WWE property. And you will return it now. I am the rightful Cump, John, are you fool? I'm not. Oh, haha. Ha, 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 ha. Well, it's about time I hit the whole dusty trail. Good meeting you, Vince. Mr. McMahon, are you alright? No thanks to you, you gutless coward. Alter. Well, where am I paying you two for? Go get our cocky little insurance. Oh, where's Santino for? Alter. Oh, was ist das jetzt? Ich ahne nichts Gutes. Oh. Korslov. Mal wieder Korslov, oder wie? Und Ezekiel Jackson. So. Also das ist mal krass. Aber, naja, mit Mr. McMahon. Naja. Das wird ja noch was. So. Gut. Und. Jawohl. Alter. Was ist das denn? Gut. Ezekiel Jackson, der mittlerweile ja die WWE verlassen hat. Man muss sagen, fand ich nie super. Aber. Ist ja nur meine Meinung. So. Gut. Und der Dini Tee. Schön gemacht. So. Oh. So. Gut. Und. Chokeslam. Jawohl. Und. Ein stiffer Chokeslam. Ezekiel Jackson. Ach. Was für ein Clothesline. Von Ezekiel Jackson. Ja. Warum bleiben wir so lange liegen, ey? Natürlich. Wir haben noch nicht die Zähigkeit. So. So. Und. Ach. Nein. Und jetzt ein. Oh. Ein Suplex. Von. Ezekiel Jackson. Von Big Zeke. So. Und. Ein Whip in. So. Hallo. Gut. Schön gemacht. Gehen wir hinten hin. Sehr schön. So. Und. Jetzt geht er gegen, ey. Ein Spear. Oh. Was für ein Stiffer Spear. Geiler Spear. So. Jawohl. Oh. Nein. Und. Ein Dinity. Und. Direkte Chokeslam. So. Man sieht schon. Die. Selbstbewusstsein. Und das war's. Oder? Jawohl. Wir haben es geschafft. B-Pointe siegt durch. K.O. Jawohl. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Aber was passiert nun? Das ist die Frage. Kommt ihr es an Tino Morello? Oder Vince McMahon? Ich weiß es ja nicht. Das ist die Frage. Wie war er gut gebrault? Ich weiß nicht, wie er es hat. Aber er hat mit seiner Hüte. Nicht zu sagen, dass die Intercontinental-Championsschrift noch in seinem Gras. Was sagt mir, dass Herr McMahon nicht mit dieser Sache fertig ist. Aber wir sind aus dem Zeitpunkt. Ja. Die Senderzeit ist um. Mal sehen, was nächstes Mal passiert. Auf jeden Fall ein junger, selbstbewusster junger Kerl ist dabei, einen großen Weg einzuschlagen. Und ja. Natürlich jubelt er mit der Wand. Das ist natürlich wunderbar. Ja. So. Wir haben uns da verbessert. Sehr schön. Gut. In Zähigkeit verbessert. Naja. Wir steigern uns. Ja. Beenden wir es. Gut. Auf zur nächsten Tour. Und ja. Ich habe dich. Wenn du nicht, fangst. Und ja. Ich habe dich. Ich habe dich.